GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Aber ja, gut. Damit herzlich willkommen. Wir schauen mal, was wir reißen können. Für weiter diese Ranks hochklettern können. Vor allem. Aber unser Kollege ist da. Schade. Man kratzt in den anderen Ligen schon an diesen blauen Sternen endlich mal. Hier sitzen wir noch in Liga 3 fest. In Silber 3, Liga 3 fest. Vor allem. Aber ich hoffe mal, wir können das ändern. Ne. Aber ich habe ihn gebaitet. Lol. Den wollte ich zwar eigentlich fester aufs Tor bringen, aber einfach mal hinterher fliegen. Baitet sie alle. Ich darf da gerne ruhig hinfahren. Ich mache die defensive Arbeit. Die offensive. Von der defensive. Schönes Ding. Wenn das so weiter geht, wird das wohl eher ein kurzes Match. Geben die Gegner nachher noch auf. Aber er ist auch ziemlich hoch mit seiner Tränen und Ding. Ich weiß es. Ich vergesse mal, was das ist. Der erste fährt da schon nicht mehr. Und das setzt er auch raus aus dem Game. Immer ein bisschen schade für die Gegner. Aber für mich auf den Weg hier nach oben nicht unbedingt schlecht. 109 kmh. Wäre den da noch rauszufischen. Hmm. Hmm. schlechte Rolle gemacht, würde ich sagen. Es klappt wirklich jedes Mal, aber... Ich treffe den Ball nicht. Das ist viel schade. Ich meine, er war komplett verwirrt, dass ich den Ball nicht treffe. Aber eigentlich wollte ich ihn treffen. Das ist ein bisschen schade. Aber man muss sagen, es ist auch mein erstes Spiel heute. Ich glaube, ich bin leicht erkältet. Ich glaube, unser eigener Kollege hat ihm gerade diesen Ball rausgefahren. Ich glaube, er hat ihn nicht geblockt. Real technisch ist es bei mir heute noch nicht so gut. Was offensiv angeht. Aber scheint hier zu reichen. Dann noch 1,40 Zeit, aber... Oh, das war schade. Auf jeden Fall. Okay, das war glücklich, dass wir den da nicht in unser Tor gespielt haben. Der ist drin. Ja. Ja, 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 ja. Defensiv im Tor gestanden. Ja, Raps eigentlich zu den Gegnern hier nicht aufgeben. Bei einem 2 gegen 3. Was man eigentlich eher vermutet. Vor allem, wenn man so weit zurückliegt. Das war schade. bin Aber so kommt man natürlich auch dann hoffentlich schneller diese Ranks hoch. Gut, den hätten wir noch machen können. Aber ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!